Hallo und schön, dass ihr dabei seid! Dass du in meinen Kanal hineinschaust, freut mich sehr! Heute bist du in meiner Winter-Weihnachts-Werkstatt gelandet, mit diesem tollen Deko-Gesteck, dass man auch als Adventskranz arbeiten kann, wenn man zum Beispiel vier Windlichter einbringt. Die hatte ich da schon mal hingestellt. Mit viel Materialien von zu Hause, die du vielleicht hast, Upcycling und immer wieder verwendbar für jedes Jahr. Und man kann es auch zwei oder drei geteilt machen. Das ist exakt eine Landschaft, eine Winterlandschaft, die du herausheben kannst. Dann kannst du nur den Strauß machen, den ich zeige. Für innen und für außen, zum Beispiel für einen Blumenkübel auf die Fensterbank, vor die Haustür und und. Oder du arbeitest das in einem Glas mit Schnee, den wir Upcycling aus der Küche nehmen. Lass dich mal überraschen, das ist wirklich viel Upcycling und wie gesagt, immer wieder verwendbar für jedes Jahr. Und das ist jetzt dafür den Advent, Weihnachten und für die ganze Winterzeit gedacht. Alles in einem. Meine neueste Idee für dich, für euch und so einfach geht das. So, was brauchen wir? Tollbeeren, natürliche Äste, immer grün. Von der Magnolie habe ich noch mal Äste, das ist der Wahnsinn, aber die schlagen im Moment aus, so warm ist es. Dann, was ich immer ganz toll finde, sind die Weihnachtssternern, rot oder weiß. Die sind jetzt günstig. Und unten dran habe ich mit Draht schon mal Kugeln dran gemacht. So drei Stück sind dann immer recht schön. In der Farbe, die gefällt. Und noch mal Äste von der Fichte, Tanne, Kiefer, entweder künstlich oder aus dem Garten vielleicht. Und auch zweites, hier auch mal mit einer großen Kugel. Weil ich mache einmal einen Strauß für eine vorhandene Vase von meiner Mama. Und dann einmal das große Gesteck. Als Grundlage nehme ich ein großes Tablett. Das ist hier aus Metall. Da hatte ich jetzt auch schon mal die Einzelteile drauf liegen. Kann man auch ein Backblech toll nehmen, ein anderes Tablett, irgendwas als Grundlage, damit man es arrangieren kann. Und vor allen Dingen auch mal hin und her bewegen, wenn es stört. So, das ist meine Grundlage. Dann habe ich noch ein Brennholz. Das ist hier toll, weil es halt noch mit Rinde ist und ein bisschen Moos. Da kommen die Bäume drauf. Und dann habe ich Glitzerbäume. Man kann da natürliche nehmen. Drei Stück. Zwei groß, ein bisschen kleiner. Und dann vielleicht eine Figur. Irgendwas, was du zu Hause hast. Ich habe hier einen Hirsch. Und dann habe ich noch einen Gams. Oder einen Nikolaus Schneemann. Was man so hat. Muss man nicht immer alles neu kaufen. Nehmt einfach, was da ist. Vieles aus der Natur. Und dann habe ich noch ein Dekoglas. Da geht auch ein Einmachglas von der Oma an größeres. Vielleicht ein 2 Liter oder eine Vase, die man zu Hause hat. So, und das ist erst mal im Hintergrund meine Grundlage. Den Adventsglas da hinten hatte ich schon gezeigt. Mal anders. Und hier kommt jetzt das Glas drauf. Und das Dekoglas kann man dann mit vier Teelichtern zum Beispiel, habe ich schon mal hingestellt. Mit einer echten Kerze oder bei Kindern mit einer extra echt Wachs-LED-Kerze bestücken. Und dann ist man mal, dass ich in Zeitung kann. Hier die jetzt auch noch einbringen. Und dann hätte man daraus auch einen Adventskranz. Und dann später, nach der Adventszeit, zieht man es einfach raus. Die Windlichter oder lässt noch eins. Und hat dann aber noch eine ganze Weile eine Deko für die Winterzeit. So, als Schnee. Ich mag den künstlichen gekauften Schnee überhaupt nicht. Der ist nicht gut für die Umwelt. Und auch die Herstellung und die Entsorgung finde ich schrecklich. Ich arbeite eigentlich nicht gerne mit Lebensmitteln. Aber die Kokosrasbünnen sind jetzt ein Jahr abgelaufen. Wenn das nur drei, vier Monate gewesen wären, hätte es mich nicht gestört. Aber beim Jahr werden die dann wirklich kranzig, dass etwas drin ist. Die gehen super. Oder Milchreis. Sieht auch ganz toll aus. Mehl verklumpt leicht, weil es die Feuchtigkeit anzieht. Und das ist so, was ich ganz gerne nehme. Oder kleinen weißen Kies vom Aquarium. Und dann kann man das jedes Jahr wieder benutzen. Und hat die Optik wie Schnee. Die Kokosflösschen sind abgelaufen. Die verwende ich jetzt dieses Jahr und die nächsten Jahre auch. Die tue ich mir nachher dann wieder in eine Tüte. Und verwende sie nächstes Jahr wieder als Schnee. Die trocknen richtig schön ein. Die werden ganz hart. Und dann sieht das dann voll aus. Und schon habe ich meinen Schnee da drin. Und es sieht wirklich komplett aus wie Schnee. So, das ist mein Hintergrund. Darauf kommt jetzt... Ups, jetzt fällt alles. Das Brennholz. So, so. Und meine Bäume dann dazu. Und dann auf die Seite. Ist das auch blöd. Voll in die Kamera gelegt. Und die kann man mit doppelseitigen Klebebanden ein bisschen fixieren, weil die gerne kibbeln. Oder einfach einen Teser unten drunter. Natürlich soll es beleuchtet sein. Dazu geht nur eine LED-Lichterkette. Warum? Die anderen werden alle heiß. Und dann brennt euch das. Weil es doch ein paar Stunden drin ist. Und schade. Ich habe jetzt hier eine mit kleinen Schneeflocken. Mit dem Draht. Batteriefach habe ich. Gibt es auch für den Stecker. Und einen Timer hat es sechs Stunden an. Die restliche Zeit aus. Oder was ich so toll finde. Weil dann geht es dann immer an. Wenn man vielleicht nach Hause kommt. Bei mir ist es meistens so, um 16 Uhr, 16.30 Uhr mache ich die an. Und habe dann lange meinen Licht. So. Und die möchte ich ganz gerne jetzt da etwas um die Bäume schlingen. Und dann unten rein in die Vase. Und mit dem Draht lässt sich das wirklich toll machen. Jetzt gehe ich in die Vase. Drücke das nach unten. Dann kommt dann noch der Strauß drüber hin. Den machen wir gleich. So. Jetzt um den Baum. Und durch den Draht kann ich es wirklich schön verschlingen. Und festmachen. Batteriefach in die dann nach hinten. Und nachher kann ich es noch ein bisschen ausgleichen, wenn ich es dann fertig dekoriert habe. So. Das ist jetzt meine Grundlage. Wie gesagt, die Bäume klebe ich da noch ein bisschen an. So. Grundlage. Dann kommen wir zum Gesteck. Ich brauche ein Draht. Ich streite mir das immer ganz zusammen. Dann habe ich das auch. Dann nehme ich einen Ast. Ich nehme ein bisschen immergrün. Hier mache ich es ein bisschen größer. Ich mache ja noch ein zweites für eine vorhandene Vase. Dann kommt nur die Vase hin. Auf die Anrichte bei meiner Mutter. So. Dann die der Weihnachtsstern in Weiß mit den Kugeln. und den Hintergrund noch mal was immergrünes. So. Und das draht ich mir unten zusammen. Das ist immer ganz gut, wenn man noch mal einen längeren Ast dabei hat. Damit man es dann gut reinstecken kann. Deswegen ziehe ich mir die Magnolie noch mal ein bisschen weiter runter. So. Schleife hatte ich mit reingebunden. Alles Ton und Ton. Hier ist es wichtig, dass es nachher im Winter auch noch stehen kann. Und Weiß bei mir. Weiß-Grün finde ich immer. Kann man ruhig über die ganze Winterzeit das fast zur Osterzeit entstehen lassen. Die Art jetzt von dem Strauß, den ich mache, der passt auch prima für die Außendeko. Wenn man zum Beispiel einen Kübel hat oder einen Blumenkasten im Fenster, passt das super. Das mache ich bei mir nämlich auch immer zu Hause. Dann habe ich da auch Deko und dann ist so ein Strauß auch ganz schnell fertig. So. Und den schönen Strauß, Natur, bloß dann halt die künstlichen Sachen, die stecke ich jetzt ein. Habe ja den Schnee unten drin. Und eine richtig schöne, beleuchtete Deko für viele Wochen oder sogar Monate. Durch die Kugeln, die jetzt auch weiter unten drin sind und die Schleife wirkt das wirklich toll und die Beleuchtung mit den Bäumen. Auf das Brennholz setze ich gerne meine Figuren. Die klebe ich dann an oder wenn unten drin ein Loch ist, kann man die mit einer dicken Schraube, die man vorher reinbohrt, einfach draufstürpen. Dann hält das gut. Ich will auch noch einen Baum dazu setzen. Den schraube ich mir auf das Brennholz drauf. Mal gucken, wo ich ihn hinmache. und fixieren damit. Man kann es auch ankleben, aber dann kullert mir das nicht durch die Gegend. Bisschen Moos noch dabei, dann habe ich noch kleine Bäume. Die setze ich auch noch dazu, wie so eine kleine Winterlandschaft. Und dann kommt noch die Figur dazu und ein paar kleine Grießbaumkugeln. Die kann man dann wegnehmen, wenn es dann wirklich heißt, es ist Winterzeit und die Kugeln ist es nicht mehr so was Tolle. Zur Gestaltung von dem Holz. Wie gesagt, Tier oder vielleicht doch lieber eine kleine Figur und das klebe ich dann auf mit Heißkleber oder Silikonkleber. Das hält wenigstens richtig. Dann kann man dieses Holz, dieses Brennholz aus der Berat mal zur Gestaltung nehmen. Das heißt, du nimmst einfach das Holz und setzt das als Deko irgendwo hin. Schön festkleben. Dazu habe ich dann noch jede Menge Zapfen. Zapfen finde ich immer ganz toll mitzugestalten. Kann man auch ein bisschen Frostfarben machen. Das habe ich im Tutorial extra gezeigt mit Sachen aus der Küche. Auch gut für die Umwelt. Keine Chemie, keine Farben. Einfach was in der Küche so ist. Lass dich mal überraschen. Vielleicht guckst du mal rein. Ich stelle es immer in die Infobox oder direkt ins Video. Mal gucken, wie ich es dann mache. So, mache ich die Zapfen noch dazu. Dann kommen die kleinen Bäume noch, eher im Vordergrund. Und so kann man es gestalten, dass man so eine richtig tolle Landschaft hat. Und wie gesagt, man kann dann dieses Brennholz auch separat zur Deko noch nehmen. Eigentlich wollte ich jetzt den großen weißen noch nehmen, aber ich finde ihn ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich nochmal einen grünen geholt. Kann man anschrauben oder ankleben, wie man gerade möchte. Bei den größeren schraube ich meistens, bei den kleineren. Der eine will schon wieder nett wäre. So, dann klebe ich es rein. So, dann habe ich hier eine wunderschöne, kleine Winterlandschaft. So, und jetzt mache ich noch ein paar Kugeln dazu. Also erst noch mal ein paar Zapfen und dann lege ich noch ein paar Christbaumkugeln mit rein. Das muss dann langsam fest werden. Noch ein paar weiße Bäumchen. Ich habe ja genug, dass es so aussieht wie so ein kleiner Winterwald. Das ist meine Küchenuhr. Zu jeder vollen Stunde am Tag zwitschert dann ein anderer heimischer Sinkvogel. So, drei, vier, fünf. Sieht immer schön aus, wenn es ein ungleichmäßige Zahne ist. Wie gesagt, jetzt gibt es noch ein paar Zapfen dazu und vorne noch mal Moos rein. Kann man dann aber auch wie Schnee machen nochmal. Vielleicht hast du ja noch was zu Hause an abgelaufene Lebensmittel, die du verwenden kannst. Nie wegwerben, immer verwenden. Was ich auch immer ganz gern verwende, ist so ein bisschen weiße, cremefarbene Visal und die lege ich dann auch nochmal so locker drüber hin. Muss man nicht. Kann man. So, ein bisschen Moos, wie gesagt. Das verwende ich immer, immer wieder. Das ist jetzt schon drei Jahre alt. Wenn das nicht mehr so schön ist, lege ich das einfach beim Duschen oder beim Baden mal auf ein Tablett ins Badezimmer. Das zieht dann Feuchtigkeit und dann weht das wieder. So. So schön ausgefüllt. Ein bisschen Dreck auf die Seite. Baumarktis Seite. So, und jetzt kann man, das ist ja so eigentlich jetzt Winterzeit tauglich, jetzt kann man einfach nochmal ein paar Dissbaumkugeln farblich dazu einlegen, wenn man möchte. Und die räumt man nach Weihnachten einfach runter und lässt es dann weiter stehen zur Deko für die ganze Winterzeit. Einfach so dazu. schöne kleine überall hin. Hinten habe ich nochmal getrocknete Hortensien dabei getan. Vielleicht hast du sie im Garten noch nicht abgeschnitten. Dann kannst du sie auch frisch dazulegen. Die werden dann wirklich schön die trocknen ein. So, und das war es jetzt eigentlich schon mit dem Winter, Weihnachts, Adventsgesteck und du, wie gesagt, kannst es auch als Adventskranz arbeiten mit Windlichter. Beleuchtet, stimmungsvoll, mit viel Materialien gemacht, was du vielleicht zu Hause hast oder aus dem Garten. Und das war doch gar kein Hexenwerk. Das ging einfach, das ging schnell. Und mit Deko von zu Hause und beleuchtet es immer schön. Und das hält ewig. Und dann hoffe ich sehr, meine neueste Idee, meine Deko für Winter und Weihnachtszeit hat gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten, hast deine eigenen Ideen reingebracht. Mich würde es interessieren, wie es vielleicht bei dir aussieht. So ein Foto auf Facebook fände ich ganz, ganz toll. Und noch viel, viel mehr andere Ideen von mir für euch, für dich findest du in meinem Kanal für jeden Monat des Jahres ganz besondere Ideen. Nicht nur jetzt meine Winter-Weihnachts-Blumenwerkstatt, sondern auch Häkeln, Stricken-Basteln, Chevy-Schick, aus alten Möbeln neue gemacht, Upcycling in jeder Art, meine tollen Butterbrot, Papier, Sterne, Engel, Osterhasen und, und, und. Und noch viel mehr basteln für und mit Kindern. Sorge genug geredet. Alles Liebe, schön gesund bleiben. Danke, dass du da warst und bis wieder mal, Kerstin. 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 Vielen Dank.